das geschah in der letzten folge es hätte nicht schlimmer kommen können als ob es nicht ausreicht dass meine eltern von aliens gestohlen worden sind habe ich direkt am nächsten morgen auch noch festgestellt dass mein gesicht voller pickel war zum glück habe ich eine sehr gute freundin die die sängerin in meiner band ist sie hat mir geholfen mit tipps und tricks wie ich diese situation am besten meistern kann und als wir uns gerade so unterhalten haben wie es auch mit der band weitergehen soll habe ich zum ersten mal bemerkt wie toll sarah eigentlich ist und ich habe mich hals über kopf in sie verknallt aber ich habe einen ihrer tipps sofort umgesetzt und habe mir einen job gesucht weil ich brauche dringend geld für mich und meine kleine schwester und in dieser zeit war meine schwester in schwierigkeiten geraten mit einer nachbarin ich glaube ich werde mal das jugendamt anrufen die soll mal hier nach dem rechten schauen ey sag mal hast du sie nicht mehr alle ist das ein scherz oder was nö ist es nicht wo sind deine eltern dann verrate es mir kurz bevor es dunkel wurde habe ich mich mit meiner schwester nochmal entschlossen zu diesem platz zu gehen wo wir unsere eltern das letzte mal gesehen haben das ufo stand noch immer da und durch das fenster konnten wir aliens sehen und zwar ist ziemlich unheimlich möchtest du am anfang der nächsten folge hier dein kommentar sehen dann schreibt doch unter diesem video denn mit dieser funktion möchte ich mich bei euch bedanken für all eure gefällt mir und für das abonnieren des kanals denn damit unterstützt ihr mich nicht nur damit andere zuschauer auch auf diese videos stoßen sondern ihr gebt mir motivation immer weiter neuen content zu produzieren und nun wünsche ich euch viel spaß beim let's play es ist kurz vor vier uhr morgens und wir sehen wie unser jack hier noch ganz friedlich schläft aber gleich wird der wecker klingeln denn für jack geht es bereits um fünf uhr los mit der arbeit für zwei stunden den wecker den habe ich noch gekauft weil wie ihr gleich sehen werdet ist er funktionstüchtig und weckt den jack das ist eine mod die praktisch zu einer bestimmten uhrzeit alles sims in dem raum weckt die in diesem raum gerade sich aufhalten super ich bin schon wieder geplagt von meinen dämlichen pickeln da mache ich direkt ein foto von das geht überhaupt nicht jack ist schon wieder mit schlimmer akne aufgewacht und das geht einfach gar nicht es wird das allererste sein was wir hier am spiegel direkt wieder beseitigen werden unsere ekelhafte akne abdecken bevor wir gleich zur arbeit müssen bevor ich los gehe werde ich schnell für meine kleine schwester noch ein lunchpaket zubereiten und zwar werde ich ein erdnisbuttergelee für sie für die schule fertig machen emma ist hier noch ganz friedlich am schlafen sie hat auch noch etwas zeit die schule geht für sie heute in vier stunden los acht uhr muss sie da sein ganz klasse ich muss hier die arbeit machen die sonst immer mutter für uns gemacht hat super toll finde ich das alles echt nicht und ich bin total genervt dass wir gleich zur arbeit gehen müssen aber ich habe schon mal das lunchpaket für meine kleine schwester fertig ich werde es noch in den kühlschrank packen und emma hier eine nachricht an der pinwand hinterlassen dass für sie im kühlschrank ein lunchpaket für die schule bereit steht und jetzt werde ich auch schon direkt zur arbeit müssen und da geht er los unser jack seine allererste schicht für heute emma hat zwei wünsche einmal im regenspielen der strömende regen draußen bringt emma dazu rauszugehen und zu spielen den wunsch werden wir einmal anpinnen und direkt in die tat umsetzen ist ja niemand da der ihr das verbieten kann und der nächste wunsch ist kaufe eine void krüter kampf arena es wird zeit für den kampf um die vorherrschaft bei void krüter auch diesen wunsch werde ich hier anpinnen ich habe nämlich generell vor dass wir emma immer mit kleinigkeiten belohnen wenn sie besonders gute arbeit geleistet hat wenn sie zum beispiel ihre noten in der schule verbessert hat oder jack bei der umsetzung von aufgaben sehr gut unterstützt hat dann möchte ich ihr gerne void kreaturen kaufen mit jack oder ihr murmelglas füllen lassen was sie ja auch im inventar hat und da hat emma auch schon ihren wunsch erfüllt im regen zu spielen schaue einen film mit der familie emma will er sich gemütlich machen und einen film mit der familie schauen den wunsch spinne ich ihr dann auch einmal an tolle zeit im regen emma ist zwar klitschnass hat jedoch jede menge spaß im regen außerdem hat sie ein gefühl von zufriedenheit emma hat eine sache auf ihrer wunschliste abgehakt und sie ist voller energie weil sie halt ein energiegeladener sim ist und sich gerade ausgetobt hat jetzt werden wir mit emma aber einmal die nachricht von jack lesen hallo emma im kühlschrank befindet sich ein paket mit einem sandwitch pack es dir doch bitte schon mal ein und nimm es mit in die schule ah super danke so können wir jetzt eine nachricht an jack schreiben oh jack ist gerade nach hause gekommen ich brauche ihm gar keine nachricht schreiben ich nehme mir erstmal die die frühstückstüte für die schule mit und dann werde ich jack mal direkt fragen wie seine arbeit gewesen ist hey jack wie war es denn wie war dein erster job oh da lagen lauter schmutzige bananen auf dem boden und ich musste die alle aufräumen glaub mal gar nicht dass ich kaffee eingeschenkt habe oder so naja das ist halt die arbeit ne das ist dein erster tag hast du denn irgendwelche leute kennengelernt und gab es tolle musik nö die leute haben die ganze zeit nur auf ihr handy geguckt aber hast du das gefunden was ich dir schon fertig gemacht habe ja ich habe schon alles eingepackt gut dann werden wir jetzt einmal schnell mit jack jack hat noch hunger wir werden mit ihm einmal schnell auch wenn er das nicht mag ein früchte kuchen essen aber wir haben keine zeit jetzt noch frühstück vorzubereiten dann gleich geht es ab zur schule und wir müssen auch noch unser outfit ändern dass wir nicht mit arbeitsklamotten zur schule gehen ich zieh mich erstmal um bevor ich jetzt hier diesen scheiß fruchtkuchen esse boah ist der eklig boah nee ich muss mir irgendwie was anderes einfallen lassen wie ich morgens zurechtkomme erst die arbeit dann der ganze mist mit dem kuchen und jetzt geht auch schon gleich die schule los naja eine sache werde ich hier direkt mal von vornherein anfangen dass ich hier nicht mehr den dreck rumstehen lasse boah was ist das denn wir laufen denn hier die ganzen schüler rum haben die alle irgendwelche uniform an für ihre freizeitaktivitäten na toll ich fall ja hier überhaupt nicht auf in der neuen schule wir werden uns erst einmal einen spind organisieren nehmen wir doch direkt gleich den allerersten hier vorne hoffentlich ist dieser spind noch frei ich habe nämlich keinen bock zu irgendeinem anderen spind hinlatschen zu müssen der erste direkt am eingang ist perfekt nee diese dekoration gefällt mir nicht ich mach Gamer Deko das passt so so ist es schon besser und ich werde mir noch schnell einen Apfel nehmen weil ich möchte diesen ekelhaften Geschmack von diesem Fruchtkuchen aus meinem Mund bekommen sowas von eklig und dann werde ich wohl mal die Direktorin hier suchen müssen Hallo ich bin deine neue Lehrerin wie fühlst du dich hier heute an deinem ersten Tag? äh äh ja es geht ich finde die Kleidung von den Schülern hier ziemlich seltsam muss ich auch so rumlaufen? ach mach dir keine Sorgen wenn du nicht irgendwie an einer Aktivität teilnimmst kannst du hier rumlaufen wie du willst es gibt hier keine schulpflichtige Kleidung ach ich dachte schon ich habe mich schon richtig erschrocken wo ist denn die Direktorin? ich müsste mal mit ihr sprechen geh einfach den Beschreibungen nach da kommst du direkt zum Direktorenzimmer ok dankeschön wir sehen uns gleich im Unterricht ähm guten Morgen Frau Direktorin ich stelle mich der Höflichkeit mal hin wenn ich mit Ihnen spreche guten Morgen ich bin der neue Schüler hier wie geht es Ihnen so? ich wollte mich mal über diese Schule hier so ein bisschen erkundigen ist das ok? haben Sie gerade ein bisschen Zeit? ähm ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit äh ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit äh Frau Direktorin ich muss sofort los es hat schon geschellt aber ich wollte mich trotzdem einmal vorstellen und können Sie mir alles Mögliche über diese Schule so erzählen? so wir haben jetzt hier eine Nachricht bekommen von der Direktorin willkommen in der Copperdale High School Jack Kuna ich hoffe dass du dich problemlos eingewöhnen wirst es gibt zwei Unterrichtsperioden eine am Morgen und eine am Nachmittag die übrige Zeit können unsere Schüler mit ihren Mitschülern verbringen und in ihrem eigenen Tempo lernen du bist in Klasse 1 also geh zu deinem Lehrer und sag Hallo ja mein Lehrer habe ich schon kennengelernt sie ist voll nett denk daran dass am Freitag Prüfungen sind du kannst einen Computer aufsuchen um für die Prüfung zu lernen oder hole einfach deine Notizen heraus und bereite dich auf diese Weise vor die Fakultät bietet mittwochs außerdem Lernsitzungen nach dem Unterricht an so dann schauen wir mal wen Jack alles als Mitschüler in seiner Klasse hat ähm nö warte mal setz dich mal hier hin Jack du musst hier nicht auf dem Boden sitzen um am Unterricht teilzunehmen also ich habe definitiv keinen Bock an der Schule teilzunehmen indem ich mich auf irgendwelche blöden Stühle setze ihr setzt mich hier hin und lerne hier da könnt ihr machen was ihr wollt den haben wir denn hier alles also es ist seine seine Kollegen aus der Band sind hier nicht mit in seiner Klasse sind die denn in dem anderen Klassenraum äh auch nicht das sind alles das sind alles Schüler die wir noch gar nicht kennen so Jack hat hier auch dadurch dass äh die Lehrerin ja vorhin mit ihm gesprochen hat und er war ja total besorgt dass er auch in irgendeiner bestimmten Schuluniform rumlaufen muss und er ist jetzt total zufrieden damit dass er mit seinen eigenen Klamotten rumlaufen kann Jack fühlt sich beschwingt nachdem er einige feine Designs aufeinander abgestimmt hat er hat die öde Mode Wüste zum Blühen gebracht wodurch sein Selbstvertrauen steigt dadurch dass er halt hier mit seinen Klamotten grad so auffällt fühlt er sich total selbstsicher und stylische Wahl fabelhafte Style Jack liebt den Modestil Rocker außerdem fühlt er sich noch frisch weil er einen Apfel gegessen hat so die erste Unterrichtsstunde haben wir heute hinter uns gebracht wir gucken mal mit wem wir uns hier ach hier ist ja ach nee das ist gar nicht ich dachte das wäre ich dachte das wäre Sarah aber das ist sie gar nicht sie hat nur dieselben Haare okay die hauen jetzt grad alle ab die gehen wahrscheinlich alle in die Cafeteria dann gehen wir doch dort auch einmal hin und dann bestellen wir uns ein großes Mittagsmenü ja es geht so mit dem Hunger war das anstrengend der erste Unterricht und ich durfte einfach auf dem Boden sitzen schon cool irgendwie die Lehrerin hat gar nichts gesagt die hat gar nicht gemeckert mal schauen was es hier so zum Mittag gibt Hallo ich möchte bitte ein großes Mittagsmenü ja kein Problem hier hast du das Dankeschön nam 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 ich werde das direkt hier im Stehen verputzen und dann werde ich mich hier um ein paar Kollegen kümmern und ein paar neue Leute kennenlernen mit wem wollen wir denn hier mal quatschen hier der Sidney Peer Sidney Price ist in unserer Klasse den können wir uns ja mal freundlich vorstellen Hi, ich bin Jack wer bist du? Ah, ich bin Sidney wie geht's dir denn so? Hab dich vor allem auf dem Boden sitzen sehen sowas hat sich hier noch niemand erlaubt nur ich kann das einfach so machen ich kann ja auch vernünftige Klamotten tragen und laufe nicht so rum wie die meisten hier mit irgendwelchen komischen blauen Oberteilen so wir werden mal gucken hier von neuer Showsperm wir sollen ja hier noch über Kapitäne reden sag mal was hast du so für Hobbies Sidney kannst du, kannst du mir das erzählen? ich finde nämlich total cool oh, der Direktor macht hier irgendeine Durchsage ach, ist das hier alles anstrengend Sidney, rede doch mal mit mir und nicht immer nur mit der Lehrerin so, da müssen wir ja hier nochmal schauen ähm, so, Sidney ich glaub der Typ ist einfach zu sehr abgelenkt er redet nur mit der Lehrerin hey, ich hab dich gefragt, was du so für Hobbies hast ach, meine Hobbies versuch sie doch herauszufinden sag ich dir jetzt am ersten Tag schon alles über mich offenbaren, oder was? nö, das nicht, aber vielleicht haben wir ja gemeinsame Interessen weißt du? oh, und wir müssen ganz dringend mal auf die Toilette ähm, Frau Lehrerin, ich muss sie nochmal etwas fragen wie heißen sie eigentlich? sie sind Frau Kumbes, okay ähm, ich brauch einmal ganz dringend eine Toilette ja, geh doch einfach den Weg lang ist doch alles ausgeschildert, Junge na gut, dann gehen wir mit Jack mal schnell hier auf die Toilette bevor er sich in die Hosen macht ein bisschen können wir hier noch gucken, dass wir uns mit irgendwelchen Leuten unterhalten beziehungsweise wir können ja mal gucken, ob wir uns hier ein paar Snacks kaufen können für später oh, und wir sind todmüde ja, das liegt halt daran, wenn man so zeitig aufstehen muss und zur Arbeit gehen muss ähm, wir wollen hier noch freundlich zu irgendjemand sein sie hier war doch auch noch in unserer Klasse dann können wir vielleicht uns hier auch einmal freundlich ihr einmal freundlich vorstellen, der Kassandra so, was nehmen wir denn mit? wir nehmen Pflaumen so damit hallo, ich bin Jack, ich hab dich vorhin in meiner Klasse gesehen wie heißt du denn? ich heiße Kassandra schön dich kennenzulernen du bist doch derjenige, der auf dem Boden gesessen hat und seine eigenen Klamotten trägt obwohl heute alle ihre blauen Oberteile tragen ja, genau, der bin ich und ich find das voll cool, dass ich so rumlaufe, wie ich rumlaufe ja, wenn du meinst wolltest du dir nicht irgendwie Soda kaufen oder so? ja, stimmt, wollte ich machen beobachtest du mich etwa? nee, ich esse ja gut, dann schnappen wir mal unser Soda, bevor hier jemand anderes uns die Sodadose wegnimmt wir werden jetzt aber noch einmal mit Kassandra quatschen wir sollen ja hier noch zu jemandem freundlich sein und ähm wir werden sie einmal kennenlernen, bevor wir jetzt zum Unterricht gehen Kassandra, warte doch mal ah, na gut, dann eben nicht, dann gehen wir jetzt zum Unterricht so, ich setze mich wieder auf den Boden hier sieht es sich besser als auf diesen komischen harten Stühlen und solange die Lehrerin nichts sagt, mach ich hier einfach, was ich will also Jack fand auf jeden Fall das Mittagessen in der Schule, dass es ein recht köstliches Gericht war und jetzt hat Jack sich doch noch entschieden, dass er sich auf seinen Platz setzt na, das ist ja ein Hang zur Besserung und wir haben es geschafft, unseren ersten Schultag haben wir fertig wie ecst? schiugeist wersche we wir wie wie Untertitelung des ZDF, 2020